Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Doktor fragt, habe ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Und ich komm zwar im Sommer nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Ich komm zwar nicht nach Mairoben, aber der Weile bin ich schon da. Mein Gott, ich freue mich schon, dass ich heute nicht ausseilig habe, dass das ein Wahnsinn. Einer meiner schlimmsten Albträume steht, dass ich nach der Pause rauskomme und kein Mensch mehr da abkomme. Oben ist passiert, dass ich nur noch eine Frau umgekackt und ich Profi durch und durch und ich gesagt so, liebe Frau, jetzt bin ich nur noch für dich. Aber sie hat sich gesagt, aufs Schleunstuhl, weil ich muss in der Zange putzen. Es werden verschiedene Gründe geben, warum. Die anderen werden gesagt, sie kommen nicht so früh rein, wenn ich das verspricht, wenn ich treffe. Die anderen werden sagen, ja, ich habe für wenige Hälften gezahlt. Und auch Boehl, sie denken, jetzt schalten wir so, ob da der zweiten Haltseite stirbt. Nein, nein, das ist wirklich nicht mehr. Also wenn man so schaut, ja, ganz, Kollege, bitte. Der Fenrich, die schreibt halt wie ich. Der Bus Willis. Die Dandy. Die Nina Hagen. Könnt ihr euch an die Nina Hagen erinnern? Bei Club 2. Wie sie gezeigt hat, wie sie durch mein Conor was tut. Das war, das war damals ein Skandal, da haben wir rühmt drin, ich hab's gefragt. Einzertags bei der Frau Schilder ist alles schon was. Ich war ja außen bei der Frau Schilder, von der Frau Niki, was hab ich gesagt, liebe Niki, bist du ein Zugwort im Herzen, gell, wenn man ein Österreichisches Aushängeschild hat, was sie dran gehofft hat. Habt ihr zu den gegolten, die Frau Niki, das ist kein Papier. Wie tut du denn das? Wie geht das schon besser als die Schilder? Aber insgesamt haben wir keinen Zeit für eine heiße Linksaffäre. Wir haben einen Termin für eine Kosmeticerein, und schauen wir uns mal, dass wir nicht gestoßen. An jeder Ecke wartet ein Arzt oder Apotheker mit dem nächsten Lifestyle-Medikament. Der hat eine Potox-Spritze. Ich habe jedenfalls jedes Beweichen, wenn ich jetzt mal krieche. Ihn guten Doktor, ich kriege alles hin. Mein Tag beginnt so richtig kurz und wischen meine Finger. Halte ich als ganz bestimmte Trunks gerade eines von den Dingen. Die große Zahl, die sie hier verschreuert, lecker, brett. Ihr Anliegen ist auch betreut nach Zürich, als es ihnen besser geht. Die Roten für den Kreis aus, die Gelben für das Herz. Die Frauen gegen das Wusteln, der Fässer sieht mein Herz. Die Grünen für den Blutmutter, der heißt so wie die Schicks. Die Sachen, die ich jetzt überlegen, zu einer Blättchen liegt. Die Schmerzen für den Juckreis, die meisten für das Lied. Der lich von der sind wirklich schlafen, die chúng rausgan Fernando Juckreis. Die Schweine für den Schm апoosen. Die Schmerzen für den Schmied. Ich darf mich gar nicht lieben, ich weiße dich ins Geist.